Das war natürlich jetzt Miest. Oh, ich hab den Assist sogar noch bekommen. Schön. Achso, falsche Richtung gelaufen. Ja, klar. Ich glaub, da kommt keiner lang. Oh, doch, da ist einer. Vielleicht kann ich ja noch einen aufhalten. Hör ich einen? Verdammt. Tja, aber was soll man machen? Wer beschwert sich da über eine Waffe? So, wenn ich es in irgendeine Deckung gebe. Verdammt, ich dachte, der wäre wieder da. Ich war es nicht. Vor allem hat sie eine Granate erwischt. Ich glaube, dass der so lange durchgehalten hat. Was ist das denn für eine Waffe? Q? B? Irgendwas? Ist ja echt verrückt. Okay, one shot ist vor mir. Natürlich trifft er mich. Nein, der trifft mich. Weil er mit seiner komischen Waffe da drüber ziehen kann. Wofür ist denn Rüstung da? Wenn man sie nicht... Zwei. 95% Arme. Über hier. Oh Gott. Da hat er gar keinen Plan. 95% oder mehr. Hä? 110%... Äh, 101%. Das ist natürlich... Das ist natürlich... 101%. Na ja, gut, wenn man das Geld dafür investieren will. Kann, hat, wie auch immer. Oh Gott, Jungs. Hört auf zu schreiben. Ups. Da ist schon mal niemand. Ach, dieser komische Kreuzke, Heini. Ich wollte ihn wieder nachladen, aber... Mist. Ich brauch hier die Karte... Boah. Ich brauch die Karte 2. Nein. Dann riefen jetzt wieder ein Voting. Hm. Es ist schwer, wieder in die Spiele reinzufinden. Ist wirklich... Wirklich überhaupt nicht einfach. Hm. 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 Läuft da oben nicht einer rum? Über dem Schacht, wo man was wegsprengen kann? Oh, natürlich, klar. Ups. Nett. Müssen aber jetzt noch langsam mal... Oh. Oh, viel besser. Ich hab grad einen gesehen gehabt. Durchzerlegt der mich jetzt. Ja, komm. Ei, 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 ei. Ich hab so lange mal gespielt. Unglaublich. Ich hab so lange gespielt. Halt aber hier irgendwo... Weiß ich... ... eine reine Selbstmord oh gut war natürlich jetzt Makros naja wenn du als Sniper ein Makro einbaust ist ja in die Granate gelandet wo bin ich da hinten wow 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 alter uncool ok das lief natürlich jetzt wirklich 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 nicht gut ist mich wirklich nicht gut Revenge first blood nade kill ok ok smoke hmm side yeah what the heck so ein Mist so ein Mist ist aber auch no weapon was erzählt er hier woher keine Waffe muss ich ja wohl eine Waffe haben so ein verdammter Mist ich hab die Karte nicht ausgelaufen gespielt das ist echt ärgerlich natürlich grad wieder mhm klasse vielleicht sollte ich wieder mich da raus da wartet auch jeder nimm den wensten Weg den du finden kannst lauf den das erwartet keiner einer gegen drei aber ist immer noch ein bisschen eigentlich müsste man jetzt da bei dem Teil eine Falle stellen genau das was die gemacht haben oder zumindest einer von denen ich hoffe der macht jetzt richtig und nimmt einen anderen Weg und wäre vielleicht noch da oben rausgegangen wow mhm aber das war natürlich so 4 Leute laufen jetzt hier lang das ist ja halbe Mannschaft oder nee nein was geht der so mit dem Boden Sondergewicht hab ich genau nicht da hätten eine Sekunde früher oder später gucken können da wäre ich nicht da gewesen hab ich die Granat geworfen wär wieder weg dann hätte ich nämlich so blöd Mann scheiß Sonderwaffe unglaublich unglaublich 56 ich glaub das schwankt bei mir einfach viel zu sehr um irgendwie stabil was zu spielen secure we have secured the target object ja rechts rechts oder hinter dir na gut wir sind ein Freund kann man ja nie wissen ah die Farmers das fehlt mal all enemies have been eliminated target located green light go hm vielleicht sollte ich erst mal mit einer Blind da rein versuchen das könnte helfen ja ja